Vero True Social, das wahrhaftige soziale Netzwerk. Keine Werbung, bessere Kontrollmöglichkeiten und keine fremdgesteuerten Algorithmen. So will das soziale Netzwerk Vero italienisch für wahrhaftig, derzeit Nutzer für sich gewinnen. Während das Design mit einer Mischung aus Facebook, Instagram und Pinterest wenig Neues bereithält, kann die App mit dem Datenschutzfeature anscheinend Punkten. Vero ist als iOS und Android App verfügbar. Die Registrierung ist derzeit noch kostenlos. Ob der Betreiber sein Sicherheitsversprechen auch in Zukunft halten und Vero an die Erfolge von Facebook und Co. anknüpfen kann, erfährst du auf featured.de. Walkman, der Feuerwehr-Robo für alle Fälle. Wo Menschen an ihre Grenzen kommen, hat zukünftig der Lebensretter aus Stahl seinen Einsatz. Walkman heißt der ferngesteuerte Feuerwehr-Avatar, an dem derzeit ein Entwicklerteam des Italian Institute of Technology arbeitet. Eingesetzt werden soll der 1,85 Meter große und 102 Kilogramm schwere Roboter im Falle von Hausbränden und Naturkatastrophen. Kamera, 3D-Laserscanner und Mikrofonsensoren erleichtern die menschliche Steuerung. Während der Feuerwehrmann mit seiner Expertise zukünftig außerhalb der Gefahrenzone wirkt, begibt sich sein Partner aus Metall direkt ins Geschehen. The future is exciting! Level Smart Glasses – Brille und Fitness-Tracker in einem Ab sofort dürfen alle Brillenträger ihr Nasenfahrrad auch während des Workouts auf der Nase behalten und dabei sogar Gutes tun. Die Level Smart Glasses zeichnen jeden getanen Schritt und jede verbrauchte Kalorie auf. Über die dazugehörige App hat der Nutzer sein Trainingsergebnis jederzeit im Blick. Zur Steigerung der Motivation hält der Hersteller wie SP eine uneigennützige Besonderheit bereit. So ermöglicht der Träger mit jeder Zielerreichung bedürftigen Menschen eine Augenuntersuchung und bei Bedarf auch eine Gratisbrille oder Kontaktlinsen.